Wenn ich eins in den letzten Jahren gelernt habe, ist es, dass man Posts auf verschiedenen Social-Media-Plattformen strukturieren und auch planen sollte. Täglich alle Plattformen on the fly mit neuem Content zu füttern, ist unglaublich stressig und hilft nicht gerade dabei, einen geordneten Arbeitsablauf beizubehalten. Seit nun anderthalb Jahren setze ich dafür Later ein und Later hilft mir dabei, meine Social-Media-Posts zu strukturieren, zu planen und für die Zukunft einzustellen. Das heißt, dass alles automatisch gepostet wird an Tag und Datum, was ich ausgewählt habe. Wie Later genau funktioniert und vor allem, wie es mir geholfen hat, meine Arbeitsabläufe zu optimieren, zeige ich euch in diesem Video. Was genau macht einen erfolgreichen Social-Media-Kanal aus? Regelmäßiger Content. Natürlich gibt es noch viele weitere Faktoren, aber einer dieser Faktoren ist Kontinuität. Das ist leichter gesagt als getan. Der Sponsor des heutigen Videos ist Owned TV. Bei Owned TV bekommt ihr professionelle Designs und Animationen für euren Stream zu einem fairen Preis. Neben ganzen Komplettpaketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen oder aber auf Logo-Designer und Emote-Maker zurückgreifen. Wer Stream-Grafiken benötigt, wird hier auf jeden Fall fündig. Ganz neu sind animierte Emotes. Diese werden ja nun auch für Affiliates von Twitch freigeschaltet und über den Owned Emote-Maker bekommt ihr direkt die Möglichkeit, eigene Emotes zu gestalten, die ihr dann bei Twitch mit Animationen versehen könnt. Habe ich euer Interesse geweckt? Dann klickt auch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1489.tv slash owned. Ich möchte euch hierzu mal ein kleines Beispiel geben. Wenn ich ein neues Video für YouTube plane, dann schreibe ich, nachdem ich eine interessante Idee gefunden habe, zunächst einmal das Skript dazu. Das heißt Recherche, Ausprobieren und alles zusammengefasst in einem Word-Dokument zusammenschreiben, sodass man ja nichts vergisst und die wesentlichen Punkte konkretisiert. Danach wird ganz klar das Video aufgenommen, geschnitten und daraufhin lade ich das Ganze dann auf YouTube hoch. Doch hier kommt nun der Punkt. Das mache ich nicht jeden Tag so, denn ansonsten wären die Tage sehr, sehr stressig. So gibt es Tage, an denen ich von morgens bis abends Ideen sammle und Skripte schreibe. Es gibt Tage, an denen ich nichts anderes mache, als im Studio zu stehen und aufzunehmen. Und es gibt Tage, an denen ich meine Videos schneide und einplane. Dazu gehört dann auch, das Video für YouTube einzuplanen, das Thumbnail zusätzlich mit passenden Texten auf Twitter und Facebook zu posten, sowie vielleicht sogar einen Instagram-Feedpost abzusetzen und eine Story auf Instagram zu posten. Wenn es aber darum geht, die ganzen Posts auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen vorzubereiten, wird es tricky. Damals noch bin ich direkt, nachdem das Video online ging, auf die verschiedenen Plattformen gegangen, habe dort den passenden Post manuell eingegeben und habe dies nach und nach abgearbeitet. Ei, ei, ei. Eins kann ich euch sagen, das war damals wirklich anstrengend und irgendwie auch immer stressig, denn sobald das Video halt online ging, sofort auf alle anderen Plattformen gehen und dort nochmal schreiben und posten. Das wurde verständlicherweise über die Zeit immer umständlicher und wenn man dann nochmal ein paar Tage im Urlaub ist oder am Wochenende Ausflüge macht, ja, dann hat man den Salat. Mit Later mache ich das zum Beispiel jetzt anders. Sobald ich mein Video bei YouTube hochgeladen habe und für die nächsten Tage eingeplant habe, gehe ich zu Later in den Content-Kalender und kann dort für die verschiedenen Plattformen einfach meine Posts fertig machen. Und diese werden dann automatisch gepostet. Das heißt, ich lade zum Beispiel mein Thumbnail, Fotos oder gar Videos auf Later hoch und kann dann zwischen den einzelnen Social-Media-Plattformen, die ich verknüpft habe, hin- und herspringen und im Kalender genau sehen, wann bereits Posts geplant sind. Die hochgeladenen Assets klicke ich an und kann dann direkt Datum und Uhrzeit auswählen, den Text des Posts einfügen und Verlinkungen zu anderen Kanälen machen, wenn ich Erwähnungen haben möchte. Sogar den ersten Kommentar unter einem Post kann ich zum Beispiel bei Instagram bereits angeben. Das heißt, nachdem ein Video auf YouTube eingeplant ist, brauche ich noch maximal 5 Minuten und habe für alle meine Kanäle die passenden Posts eingeplant und muss mich um nichts mehr kümmern. Die Posts gehen dann automatisch live. Ziemlich spannend und vor allem nimmt es mir echt Arbeit und Stress ab. Für alle, die darauf Bock haben und das mal ein bisschen mehr im Detail sehen wollen, habe ich gedacht, mache ich nun in der zweiten Hälfte des Videos einmal einen Walkthrough, wie ich in Later Dinge verknüpfe und vor allem, wie ich dort meinen Post direkt einstelle. Und für die Leute, die jetzt denken, das ist hier ein Werbevideo, nein, ich habe dieses Video aus freien Schnitten aufgenommen, weil ich Later einfach so cool finde. Ich war niemals irgendwie in Kontakt mit Later und die haben mich auch nicht gebeten, da irgendwas zu machen. Nur mal so by the way. Schauen wir uns das Ganze doch einfach direkt mal in meinem Later Account an. Im Endeffekt basiert bei Later alles auf Social Profiles und Groups. Das heißt, man kann seine sozialen Content mit einer Gruppe verknüpfen und in dieser Gruppe kann man dann Content planen. Je nachdem, wie viele Gruppen man erstellt, wird es teurer. Im Endeffekt als Influencer hat man aber eine Gruppe, denn man hat einen Instagram-Kanal, einen YouTube-Kanal, einen Twitter-Kanal, einen Facebook-Kanal, einen TikTok-Kanal und OnlyFans. Nein, nein, nein. Gut, schauen wir uns das mal an. Wir gehen einmal auf Main Group und hier unten kann man nämlich die ganzen Gruppen sehen. Create Access Group oder Main Group. Verknüpfen kann man das Ganze hier unter Settings und dort sieht man dann die Social Sets und Access Groups. Hier habe ich zum Beispiel meine Main Group, da habe ich zwei Benutzer drauf, nämlich mich und meinen Angestellten, der da auch Posts für Instagram plant zum Beispiel und dort kann ich alles mögliche verknüpfen. Instagram, Facebook, Twitter und Instagram habe ich hier zum Beispiel verknüpft. Geht man hier rein, dann sieht man hier zum Beispiel noch die einzelnen Verknüpfungen. Hier kann ich das Ganze auch refreshen, wenn zum Beispiel die Verknüpfung abläuft oder kann das Ganze bearbeiten. Das reicht für mich, so habe ich ein soziales Profil, in dem ich arbeiten kann. Und was daraus entsteht, ist dann folgendes. Wenn man hier unten zu Back to Kalender geht, dann komme ich in die Kalenderansicht. Das heißt, ganz links ist mein Menü. Dann habe ich hier eine Spalte, da sind meine gesamten Medien. Und dann habe ich hier ein komplettes Feld, wo meine geplanten Posts sind. Und das ist super spannend. Ich kann hier oben dann zwischen den verknüpften Konten hin und her springen und kann mir genau ansehen im Kalender, wann dort ein Post geplant ist. Die Kalenderansicht kann ich zwischen Monat oder Woche hin und her schalten. Und möchte ich dann zum Beispiel einen Post machen auf Twitter, gehe ich hier einfach auf Twitter und wähle von meinen bereits hochgeladenen Assets aus. Ich kann aber auch ganz einfach hier auf Upload Media gehen und kann dann meine Assets hochladen, die ich jetzt zum Beispiel brauche. Zum Beispiel ein Thumbnail oder ein Video, was ich aufgenommen habe. Das Ganze wähle ich hier dann einfach aus, klicke auf Öffnen und es wird hier in der linken Seite bei meinen Medien hochgeladen. Sobald die Medien hochgeladen sind, erscheinen diese hier und dann kann man da draufklicken, sieht das Ganze nochmal und kann nun sagen, alles klar, Create Post. Und dann kommt man hier in diese Maske, wo man den Post erstellen kann. Dort kann ich erstmal auswählen, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit das Ganze gepostet werden soll. Das heißt, ich kann das hier auch bis in die Zukunft reinplanen, zum Beispiel schon für nächstes Jahr. Hier kann man wirklich sehr strukturiert arbeiten und alles bis in die Zukunft planen. Dann kann ich hier einmal den Text zu dem Post angeben. Also was genau soll gepostet werden? Hier kann ich ganz normalen Text eingeben. Also wenn ich irgendeinen Text eingebe, kann sogar Emojis direkt auswählen und diese auch einfügen und kann meine Hashtags setzen. Das heißt, ich gehe dann hier auf den Hashtag, gebe dann einfach Hashtag Streamer ein, aus die Maus. So, wie ihr es normalerweise direkt auf der Social Media Plattform machen würdet, macht ihr den Post hier fertig. Super. Ich habe jederzeit auch noch die Möglichkeit, das Bild hier zu bearbeiten über Edit Image. Da hat man dann bedingt Möglichkeiten. Also es ist jetzt nicht ein kompletter Thumbnail-Designer hier, sondern ihr könnt ja einfach noch ein bisschen was zurechtschneiden. Wenn ihr das zum Beispiel für bestimmte Plattformen schneiden wollt, wie Instagram Portrait oder Landscape, all das ist schon vorbereitet. Ihr könnt noch Filter drauflegen, beziehungsweise Text drüberlegen. Das geht alles. Aber sind wir mal ehrlich, die Bilder macht man eigentlich vorher mit Photoshop zum Beispiel und lädt sie dann fertig hoch. Ist man dann fertig mit dem Post, geht man hier einfach auf Save und das Ganze wird hier automatisch in den Kalender überführt. Man hat nun jederzeit die Möglichkeit, so einen Post in der Zukunft anzuklicken und das Datum oder die Uhrzeit zu ändern. Man kann auch den Text ändern oder man kann sogar hier Change Media das Bild einfach nochmal austauschen für diesen Post oder aber auch Discard Post. Dadurch wird das Ganze gelöscht. Was zum Beispiel jetzt noch bei Instagram ganz spannend ist, wenn man hier mal drauf geht, dann habe ich einmal einen Kalender für meine ganz normalen Feed-Posts und ich habe hier noch die Möglichkeit, auf Stories zu klicken und darüber kann ich dann auch noch Stories einplanen. Das heißt, theoretisch könnte ich meine Stories schon fertig machen, aufnehmen, schneiden vielleicht, wenn ich das mache oder mit dem Handy aufnehmen, auf dem PC laden und dann kann ich das Ganze hier einplanen. Es gibt auch eine Later-App. Das heißt, auf dem Handy könnte man theoretisch direkt die Sachen, die man mit dem Handy aufnimmt, in der Later-App hochladen und kann sie dann am PC auswählen. Auch mega praktisch. Und eine Sache kommt bei Instagram noch dazu. Wenn man Feed-Posts macht, dann wisst ihr ja, kann man dort keine Verlinkung machen. Das heißt, man hat keine Möglichkeit, zum Beispiel auf einem Video zu verlinken, was zu diesem Feed-Post gehört. Wenn man Later verwendet, hat man da aber doch eine ganz coole Möglichkeit, denn es gibt hier nämlich einmal die Linkin-Bio. Das ist eine eigene Website, linkin-bio slash IG Nielson. Also ein Link, den könnte ich in mein Instagram-Profil packen. Habe ich bei mir auch. Und wenn die Leute auf diesen Link draufklicken, ich mache das Ganze mal, dann kommen sie auf mein Linkin-Bio-Profil. Und dort kann ich zum Beispiel alle meine Social-Media-Kanäle verlinken. Gut, das kennt ihr sicherlich auch von anderen Anbietern. Aber hier werden auch Bilder gepostet. Das heißt, das, was ich in meinem Instagram-Feed poste, wird auch auf die Linkin-Bio gepostet. Und das Coole ist, wenn ich da nun draufklicke, dann kommt ein Link, den ich hinterlegt habe und wird weitergeleitet. Das heißt, ich könnte theoretisch einen neuen Post für Instagram planen. Gehen wir hier mal auf Instagram. Dann gehe ich hier einfach mal, nehme ich mal irgendein Foto. Das zum Beispiel. Klicke dann auf Create Post. Und hier habe ich noch ein paar mehr Optionen. Das heißt, hier schreibe ich wieder meinen ganz normalen Feed-Post-Text rein, wähle Datum und Uhrzeit aus und ich kann hier Add Linkin-Bio nehmen. Wenn ich da jetzt den Link zu dem dazugehörigen YouTube-Video einfüge, dann wird dieser Feed-Post gepostet bei Instagram und gleichzeitig kommt in meiner Linkin-Bio das gleiche Bild wie von dem Feed-Post. Und wenn die Leute über meine Bio in Instagram gehen, sehen sie das Bild, wissen, aha, gehört zu dem Feed-Post, klicken sie da drauf, kommen sie direkt zu dem Video auf YouTube. Auch nochmal super praktisch. Was ihr bei Instagram natürlich auch noch dazu bekommt, ist Tag People. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch noch verschiedene Instagram-Accounts auf dem Bild taggen. Das heißt, hier die Position auswählen und hier den Benutzernamen auswählen. Also für mich super, super praktisch. Ich arbeite eigentlich nur noch mit Later, um diese ganzen Sachen zu planen. Er spart wirklich so viel Arbeit. Und wenn man gerade mal so einen Tag sich hinsetzt und das vielleicht für die ganze Woche vorplant, dann hat man alle Posts für die Woche fertig und braucht sich nicht mehr drum kümmern, denn die werden automatisch gepostet. Mir hat Later wirklich geholfen, viel strukturierter zu arbeiten und mir sehr viel Stress zu ersparen. Was mich jetzt mal interessieren würde ist, setzt jemand von euch vielleicht schon so etwas wie Later ein oder wie handhabt ihr das, dass ihr regelmäßig euren Content plant? Macht ihr das noch manuell oder setzt ihr da auch auf bestimmte Tools? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.